Die blaue Ecke vom Kampfballzentrum Schminus-Obereichen, Johanna Ungermann! Rund 1 Dankeschön! Vorwärts, Johanna! Vorwärts! 4 Vorsicht, Vorsicht! Johanna, immer proberen! Johanna, 10 Sekunden! Gut, gut, ja! Ja, ja, ja! In der ersten Runde! Zur zweiten Runde, Round 2! Konzentriert, konzentriert, Boxen! Johanna, immer proberen! Jawohl! Jahajib! Johanna, 10 Sekunden abzu! Johanna, 10 Sekunden abzu! Johanna, 10 Sekunden abzu! Hopp! Ja, und Leute! mo матche! Wahnsinn, 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 Wahnsinn! Vorsprung! Schabbi, Schabbi! Schabbi, Go! Ich verstehe nicht, Schabbi! Heilschabbi! Hey! 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 Feitigum! 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 Ja! Ja! Boxen! 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 Bravo! 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 Siegereck wird aufgabe der 3. Runde, die Kämpferin aus der Blauen Ecke, Johanna Wundermann! Untertitelung des ZDF, 2020